Herzlich Willkommen zu diesem Take-On-Lehr-Video. In diesem Video geht es um den Grundschritt Pit-Bab-Pit. Pit heißt so viel wie nach außen. Und zwar deswegen, weil wir von diesem hinteren Punkt des Dreiecks auf den linken und rechten Punkt jeweils nach außen schreiten. Pit-Bab-Pit fängt an aus Rondrum. Diese Stellung ist Rondrum. Und wir treten immer ein Tz-Tz-Tz-Rigi als erstes. Dazu beugen wir uns leicht nach vorne und treten diagonal nach links mit dem rechten Bein. Und zwar so, dass die Zehen etwas nach außen zeigen. So, dann setzen wir hinten auf ungefähr diesen Punkt ab mit unserer Ferse und gehen mit dem linken Bein ein Stück ran. Nochmal von hier. Wanko. Hatsi-Tz-Rigi. Und links vor als erstes. Kum-Chill, Kum-Chill, rechts vor. Kum-Chill, Kum-Chill, links. Und so weiter. Es ist wichtig, dass man hier schön tief in den Kum-Chill geht. Und hier nach vorne richtig das Becken nach vorne nimmt und die Schultern zurück. In der Grundtechnik ist die Bewegung immer etwas größer als nachher in der Anwendung. Also nochmal von hier. One-Po. Hatsi-Tz-Rigi. Koch. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Koch. Ja, das war auch schon das Video zu Pit-Bat-Pi. Viel Spaß beim Üben. Ja, das war auch schon das Video zu Pit-Bat-Pi.